Time for bed now, ich will noch nicht schlafen! Aua, ich hab mich grad selber gehauen. Kann ich das haben? Nein. Hallo, E-Mail. Nein, nein! Mein Teddy! Teddy? Teddy! Teddy! Och, Och, Rolf, Rolf, ich bin doch erst zwei. Wow! Oh, was geht denn hier gerade ab, ey? Ohne Witz. What was that? Oh, das ist ein Elefant, das ist ein Elefant. Elefantitis ist keine schöne Krankheit. Guckt euch zum Beispiel das Bild an. Eklig. Mama. Papa. Kaka in Hose. Was geht denn hier schon wieder ab? Oh, oh, oh. Pluto, oh? Nicht auch Pluto. Teddy! Teddy! Yeah! Yeah! Guck mal meinen Schatten an. Yeah! Gerne mal einen Teddybär rauchen soll. Krabbel, 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 krabbel. Ich war übrigens immer in... What the fuck? Ich will da fehlen! Äh! Äh! Dummer Fernseher! Das macht mir Angst. Oh mein Gott, nein! Die Früchte liegen auf dem Boden. Mein Leben ist vorbei. Tschüss. Ostecker Frokkost! Lange Gänge sind in Horrorspiele der... Wahnsinn. Der Überburner. Das ist echt... Knorke! Aber wo sollten unsere Eltern denn sein? Ich wette, die sind irgendwie in so einem Swinger-Club. Ich kenne doch solche kranken Eltern. Es glänzt! Ihr müsst wissen, ich bin wie so eine diebische Elster. Alles, was glänzt, muss ich mir angucken. Ja, stellt euch vor, dass es jetzt wie bei Luschi ist, wo sie gerade so... Haha! ...dabei sind, einzuschlafen. Lalalalalalalalalala! Nein, 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 nein. Nö. Die Tür wurde geöffnet, aber irgendwie kam nichts raus. Das ist ja auch ein bisschen creepy, ne? Voll normal. Passiert bei mir auch regelrecht jeden Tag. Ich muss dazu sagen, ich hab da... Ah! Ich hab doch keine Angst! Tja! Ich steig doch nicht in den Kamin. Anscheinend steig ich da doch rein. Oi, 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 oi. Rutschein! Yeah! Woohoo! 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 Das erinnert mich an meine beste Freundin. Mami, die Tür auch so schlapp. Ähm, was? Er hat Angst vorm schwarzen Mann.